Du bist vielleicht gerade in einer Phase deines Medizinstudiums, wo du dich entscheiden willst oder musst, soll ich eine Doktorarbeit schreiben oder nicht und in dem Video gebe ich dir drei Tipps bezüglich Doktorarbeit. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Block Campus und in diesem Video möchte ich dir drei Tipps mit an die Hand geben, wie du Zeit und Nerven beim Schreiben deiner Doktorarbeit ja sparen kannst. Ja und da ich gerade dabei bin, selbst an meinen Doktorarbeiten zu schreiben und ich eine Umfrage auf Instagram gemacht habe, wo ihr ja sehr interessiert wart und mir einige Fragen gestellt habt zum Thema Doktorarbeit, dachte ich eben, auch wenn es jetzt heute kein Thema ist zu Lerntechniken oder zum Auswendiglernen, dachte ich mir trotzdem, das kann viele von euch interessieren. Ja und in diesem Video möchte ich dir eben Tipps geben, wie gesagt, mit denen du möglichst Zeit und Nerven mit deiner Doktorarbeit sparen kannst, ein paar allgemeine Dinge, die dir aber denke ich helfen können, damit du vielleicht nicht zu denen gehörst, die dann ihre Doktorarbeit abbrechen und so weiter. Und noch ganz kurz vorab, wie ist mein Standarddinge bezüglich Doktorarbeit und so weiter? Du weißt es vielleicht, ich habe damals in Würzburg Biologie und Medizin ja fertig studiert, mittlerweile schon seit ein paar Jahren, habe währenddessen meine medizinische Doktorarbeit angefangen und parallel auch die naturwissenschaftliche Doktorarbeit im Thema eben oder zum Studium Biologie. Und aktuell ist es so, ich arbeite noch nicht zu Ende oder finalisiert und abgeschlossen. Und zwar habe ich seit letzter Woche wieder meine medizinische Doktorarbeit in Angriff genommen, möchte die endlich dieses Jahr quasi zu Ende bringen und abschließen. Ich habe da eine Gedächtnisstudie mit Lerntechnik und so weiter gemacht, ist eigentlich soweit alles fertig, muss nur noch zusammengeschrieben werden und ein Paper dazu verfasst werden. Bei der naturwissenschaftlichen Doktorarbeit, da hatte ich bisher einfach noch gar keine Zeit, eben neben Herr Bebo Kambus das auszuformulieren und die eigentliche Doktorarbeit zu schreiben. Da ist zum Glück das Paper oder die wissenschaftliche Veröffentlichung schon publiziert worden. Genau, soweit stand der Dinge bei mir. Und weil ich letzte Woche mich eben mit dem Thema, mit meiner eigenen Doktorarbeit, wieder auseinandergesetzt habe, dachte ich, ja, das passt ganz gut jetzt da rein. Und ihr hattet auch Interesse. Und jetzt aber geht's los mit den drei wichtigsten Tipps in meinen Augen bezüglich Doktorarbeit. Dann noch ein kleiner Tipp schon vorweg. Setz dich bitte nicht unter Druck, nur weil die meisten in deinem Umfeld vielleicht eine Doktorarbeit schreiben oder angefangen haben oder anfangen wollen. Ist auch völlig okay, wenn du keine Doktorarbeit schreibst. In meinen Augen zwar bekommt man wahrscheinlich den Doktortitel nirgends so einfach auf schnellen Wege, wie im Medizinstudium. Ich habe es eben in der Biologie gesehen, da muss man wirklich zum Teil drei Jahre oder länger Vollzeit arbeiten. Und im Medizinstudium kann man ja seine Doktorarbeit schon entweder parallel oder danach in meist viel kürzerer Zeit erstellen. Deswegen, das will ich damit sagen, ja, setz dich nicht unter Druck. Du wirst auch ohne Doktortitel sicherlich einen Job bekommen. Klar, für manche Berufsfelder in der Medizin ist es einfach Voraussetzung, dass man einen Doktortitel hat. Wenn du irgendwie Chefarzt werden möchtest oder in der Forschung irgendwie Karriere machen möchtest, dann vielleicht schon. Aber wenn du jetzt irgendwie in einer Klinik, in einer Praxis arbeiten solltest, findest du da sicher auch ohne Doktortitel einen Job. Also es ist keine Grundvoraussetzung, dass du unbedingt jetzt deine Doktorarbeit schreiben musst oder eine anfertigen musst. Aber jetzt zum ersten Tipp und das ist in meinen Augen der wichtigste Tipp, den ich jetzt schon gleich direkt am Anfang von den Tipps raushauen möchte, weil der mir am meisten am Herzen liegt. Und zwar ist es folgender. Ich habe selbst im eigenen Umfeld gesehen, wie Leute ein-, zweimal ihr Thema gewechselt haben, den Betreuer gewechselt haben, manche dann ihre Doktorarbeit komplett aufgehört haben und dann gar keine gemacht haben. Was war der Grund? Und oft war es daran gelegen, dass der Betreuer, die Betreuerin einfach der Grund war, warum letztendlich das Projekt Doktorarbeit gescheitert ist oder zumindest dieses eine Thema, wo man ja begonnen hat. Und damit dir das nicht passiert und es nicht am Betreuer, der Betreuerin scheitert, möchte ich dir jetzt das nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Und zwar ist es wie gesagt, in meinen Augen steht und fällt alles bei der Doktorarbeit oder das Allermeiste wirklich mit der Betreuung. Was meine ich da konkret damit? Und zwar, ich werde gleich auch noch erzählen, wie ich meinen Betreuer gefunden habe, weil ich hatte da ja sehr viel Glück, aber das war auch nicht Glück, weil ich eben den Betreuer, die Betreuerin schon gekannt habe. Ja, und was sind die Gründe, dass es eben am Betreuer, an der Betreuerin scheitert? In vielen Fällen habe ich mitbekommen, dass entweder die Betreuung in dem Sinne schlecht war, dass ja der Professor oder der Betreuer, die Betreuerin einfach gar kein Interesse hatte, dass man mit der Doktorarbeit fertig wird. Die haben das dann ewig rausgezögert oder haben manchmal Wochen gar keine Antwort per Mail bekommen und dann ist es irgendwie im Sand verlaufen und eigentlich wollte man fertig werden und so weiter. Oder dass einfach die Verantwortlichen einen ein bisschen ausnutzen. Als Doktorandin oder Doktorand ist man eine billige Arbeitskraft sozusagen für den Lehrstuhl oder wo auch immer, wo man dann arbeitet. Und dann habe ich es auch miterlebt, dass manche das ausnutzen und einen nie wirklich fertig promovieren lassen, weil mir einfach eine billige Arbeitskraft ist und jetzt meinetwegen im Labor gute Arbeit macht und so einen ja immer raus oder es immer rausschieben, bis man seine Doktorarbeit fertig ist, weil man eben gute Arbeit vielleicht im Labor oder so leistet. Oder dass die Betreuer, die Betreuerin einfach, dass es menschlich gar nicht gepasst hat, dass manche Leute fertig gemacht wurden und runter gemacht, genau, dass man keine Ahnung hat. Und wie auch immer, also was ich da für Geschichten gehört habe, das ist echt krass. Was kannst du aber tun, dass dir das einfach nicht passiert? Und mein Tipp wäre da, Versuch, Infos herauszubekommen, wenn du jetzt ein Thema hast und sagst, oh, an dem und dem Lehrstuhl oder in der Klinik, da möchtest du deine Doktorarbeit anfangen, dass du vielleicht schaust, wer hat dort auch schon promoviert seine Doktorarbeit gemacht oder du machst ein Praktikum und sagst nach dem Praktikum, oh, die Leute sind super, das Thema ist interessant, da fange ich jetzt meine Doktorarbeit an, genau. Oder du fragst mal, was ich vielleicht, wissen die in der Fachschaft, dass da schon Leute promoviert haben oder wie gesagt, dass du Kontakte vielleicht rausfinden kannst, die schon dort promoviert haben und mit denen eben ins Gespräch kommen kannst und dann schon siehst, oh, ist das mit der Betreuung gut? Bekommst du immer Antwort? Ist das menschlich auch okay? Und das ist auch was Wichtiges, wenn die Betreuer wirklich ein Anliegen haben, dass du möglichst schnell das auch über die Bühne ziehst mit deiner Doktorarbeit und dahinter sind und dich auch motivieren und vorantreiben und dir helfen, als wenn, wie gesagt, was ich gerade schon erzählt habe, das dann irgendwie im Sande verläuft, man bekommt keine Antwort, keine Unterstützung und so weiter. Also versuch wirklich möglichst viele Infos, vielleicht über die Arbeitsgruppe, über die Person, die dich dann direkt betreut, herauszubekommen. Vielleicht aber auch über den Chef, über den Professor, Professorin, die noch dahinter steht, die das letzte Wort hat, weil wenn die dann deine Doktorarbeit nicht absegnet oder sagt, du bist soweit fertig und kannst deine Arbeit einreichen und so weiter, also auch da nicht nur deinen direkten Betreuer schauen, wie der vielleicht so drauf ist, sondern auch nochmal eine Instanz höher, wenn es nicht jeder eigentliche Chef ist, der Prof, die Professorin zum Beispiel, dass man auch da möglichst schaut, wie ist das Umfeld, wer ist wirklich verantwortlich dann für dich und schaust, ob das dann passt und Sinn machen kann. Und deswegen ist auch in meinen Augen zwar das Thema, was mit dem du dich in der eigentlichen Doktorarbeit beschäftigst, zwar schon relevant, aber ich finde nochmal wichtiger, was da drüber steht, ist eben die Betreuung. Und klar, das Thema sollte irgendwie spannend, interessant sein, aber ich glaube, es bringt und hilft dir nichts, wenn du ein dein perfektes Lieblingsthema hast, die Betreuung aber dann vielleicht so schlecht ist, dass du dich ein, zwei Jahre quälst und dann irgendwie doch nie promovierst und irgendwie das Ganze abbrickst und vielleicht dann das Thema wechselst. Da kann das Thema noch so spannend sein. Deswegen in meinen Augen und die Erfahrung, was ich auch im Umfeld gemacht habe und deswegen eben der Tipp Versuch, was über deinen Betreuer, über deine Betreuerin herauszubekommen. Bei mir war es so und das kannst du vielleicht auch nutzen. Ich hatte damals im Biostudium ein Praktikum, wo ich dem Professor das Thema cool fand und habe dann im Medizinstudium, habe mich daran erinnert, das war doch ein cooles, spannendes Thema, habe den einfach angeschrieben und so bin ich dann zu meiner Doktorarbeit oder zu meinen Doktorarbeiten gekommen. Und ja, das kann ich dir empfehlen, wenn du die Leute schon irgendwoher kennst, aus dem Praktikum zum Beispiel, dann schreibe auch gerne die Leute an. Das ist so ein Side-Tipp noch, weil oft sind nicht alle Doktorarbeiten als Stellen irgendwie ausgeschrieben. Ich damals bin auch zu dem Professor hin und habe meine Themen vorgeschlagen. Dann hat man noch mal anses Angepasst und so bin ich dann zum eigentlichen Thema meiner Doktorarbeit gekommen. Also zeig ruhig auch, ja, Eigeninitiative kann auch oft klappen, wo du vielleicht denkst, da gibt es gar keine Doktorarbeit. Und falls du Interesse hast und einen Professor findest, der sich auch für Lerntechnik interessiert, weil man braucht natürlich immer einen Bezug zur Uni, kannst du auch zum Beispiel bei uns eine Doktorarbeit anfangen, wenn du eben, wie gesagt, einen Betreuer, eine Betreuerin findest, die eben auch Uni-Bezug hat, dann wäre sowas auch prinzipiell denkbar. Okay, dann zum nächsten Tipp, Tipp Nummer zwei. Dann als zweiten Tipp würde ich dir empfehlen, sich mal damit auseinanderzusetzen, welche Art von Doktorarbeit, denn es gibt verschiedene Arten von Doktorarbeiten, welche du überhaupt machen möchtest. Das hängt immer auch ein bisschen davon ab, möchtest du zum Beispiel irgendwie in der Forschung Erfahrungen sammeln oder Laborerfahrung in der Klinik irgendwelche Techniken kennenlernen und so weiter. Ein Aspekt finde ich es auch wichtig, sich zu überlegen, wann möchtest du die Doktorarbeit schreiben während des Studiums. Danach viele oder die meisten, die ich auch kennengelernt habe, die haben es meistens parallel zum Studium gemacht. Ich habe es damals, wie gesagt, auch parallel angefangen und versuche es jetzt eben zu finalisieren. Und es gibt nämlich Arten von Doktorarbeiten, die in meinen Augen viel schneller anzufertigen sind als andere. Also welche Arten gibt es da überhaupt? Ja, eine Art von Doktorarbeiten ist eben die experimentelle Doktorarbeit, wo du eben im Labor stehst, Versuche durchführst, vielleicht mit Zellkulturen und so weiter arbeitest. Und da ist meine Erfahrung, ich habe damals ja meine Bachelorarbeit und Masterarbeit auch im Labor gemacht, habe mit Zellen gearbeitet und so weiter. Und da steckt man nie drinnen, wachsen die Zellen gut, geht mein Experiment gut, es gehen natürlich auch Versuche schief und so weiter. Und das war relativ zeitintensiv. Deswegen, in meinen Augen, wenn du wirklich möglichst schnell deinen Doktortitel haben möchtest, ist glaube ich, ja aus meiner eigenen Erfahrung heraus das Labor nicht die erste Wahl, um wirklich schnell irgendwie, ja seine Arbeit abschließen zu können. Gerade weil eben im Labor, gerade wenn du auch mit Zellen und so weiter arbeitest, nicht alles immer so läuft, wie du dir das ja vorstellst. Welche Alternativen gibt es dazu eben? Die statistische Doktorarbeit, wo du zum Beispiel dann irgendwelche Daten entweder hebst oder vielleicht schon vorgelegt bekommst und die du dann nur noch auswerten musst. Oder eine theoretische Doktorarbeit, wo du eher so einen Summary oder Review erstellst, wo du quasi dich auf ein Thema oder in ein Thema einarbeitest und da zum Beispiel eine Veröffentlichung dazu schreibst, indem du irgendwie ein Thema tiefgründiger recherchierst und so weiter, wo du jetzt nicht im Labor stehst. Und das andere ist noch die klinische Doktorarbeit, wo du dann wirklich in der Klinik tätig bist und da ja deine Arbeit schreiben kannst. Und wie gesagt, das war eben der Tipp Nummer zwei, dass du dir überhaupt mal bewusst machst und ich hoffe, da konnte ich jetzt einen Beitrag dazu leisten, dass es eben verschiedene Doktorarbeiten überhaupt gibt. Recherchiere gerne oder google gerne mal die einzelnen Arten. Da will ich jetzt, das würde den Rahmen sprengen, jetzt gar nicht genau auf jede Art von Doktorarbeit eingehen, aber nur, dass du schon mal gehört hast, dir ein Bild selbst noch drüber machen kannst und dann entscheiden kannst, okay, was will ich mit meiner Doktorarbeit erreichen, will ich einfach nur den Doktortitel, möchte ich in die Forschung und so weiter und danach dann entscheidest oder auch suchst, wo ist vielleicht meine passende Doktorarbeit und wen kann ich fragen oder mich bewerben für eine Doktorandenstelle oder für eine Doktorarbeit, die mir wirklich oder zu meinen Präferenzen dann passt. Dann noch als dritter Tipp, lass dich nicht entmutigen, wenn nicht alles rund läuft, wenn vielleicht mal was nicht klappt und so weiter. Weil es ist oft so, und gerade wenn du naturwissenschaftlich arbeitest oder im Labor, dass eben Versuche man ein, zwei mehrmals machen muss, bis es endlich klappt und so weiter. Deswegen lass dich da nicht zu schnell entmutigen. Was da aber auch mit reinspielt und was ich auch gesehen habe bei Kommilitonen und Kommilitoninnen, dass sie sich, nur weil sie die Doktorarbeit zu dem Thema angefangen haben, gemeint haben, sie müssen das bis zum bitteren Ende durchziehen und manche haben sich dann ein, zwei Jahre gequält und haben am Ende dann doch das Handtuch geworfen und haben dann doch das Thema gewechselt oder es ganz mit der Doktorarbeit sein lassen, dass du dich in dem Prozess, wenn du vielleicht schon angefangen hast mit der Doktorarbeit oder dann dabei bist, auch öfters mal reflektierst und hinterfragst und sagst, okay, ist das jetzt noch das, was ich machen möchte oder raubt es mir zu viel Zeit und Nerven? Genau. Was da auch ein bisschen mit reinspielt zum Thema Zeit, wie du das Ganze organisierst, dass du dir überlegst, möchtest du vielleicht ein, zwei Freisemester nehmen und wirklich dich nur auf die Doktorarbeit konzentrieren oder das einfach parallel nebenher laufen lassen, was auch, denke ich, sehr viele machen. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber die meisten entweder nehmen sich ein Freisemester oder machen es parallel. Ich glaube, die allermeisten, wenn sie mit dem Studium fertig sind, haben dann meistens ihren Doktordittel schon, aber es gibt eben, wie gesagt, auch welche oder ich bin da auch ein Beispiel, die eben auch nach dem Studium noch nicht fertig sind mit ihrer Arbeit. Genau, das waren jetzt so drei Tipps. Falls du dazu noch weitere Fragen hast oder zu den Themen, die ich jetzt nur kurz angerissen habe, schreib es gerne in die Kommentare, dann kann ich gerne auch noch mal ein zweites Video dazu machen. Wenn euch das interessiert, das Thema Doktorarbeit und so weiter. Und nochmal als Zusammenfassung, also mein erster Tipp wäre, macht dir wirklich bewusst, dass der Betreuer, die Betreuerin eine wichtige Rolle bei deiner Arbeit spielt und versuche wirklich, das so als erste Priorität zu setzen, dass Betreuer, Betreuerin soweit passt und dann zu sagen, okay, jetzt schaue ich, ob das Thema auch passt, was finde ich da spannend. Also Tipp Nummer eins, den richtigen Betreuer oder die richtige Betreuerin finden. Dann Tipp Nummer zwei, sich bewusst machen, es gibt verschiedene Arten von Doktorarbeiten, sich selbst mal überlegen, was sind so meine Prioritäten und danach entscheiden und danach auch dein Thema oder die Art der Doktorarbeit dann ja auswählen. Und dann noch als dritten Schritt, lass dich nicht zu schnell demotivieren und entmutigen, wenn nicht alles so rund läuft, denn es gibt es immer irgendwelche Hürdenprobleme, die auftreten können. In dem Zusammenhang eben auch den Tipp, dann die Reißleine zu ziehen, wenn es eben zu viel Energie kostet, zu stressig ist und du irgendwie merkst, okay, das läuft irgendwie nicht in die Richtung, die du möchtest, dass man dann auch sich vielleicht ja ein anderes Thema noch sucht oder sagt, vielleicht brauche ich die Doktorarbeit gar nicht schreiben. Okay, wenn dir auch so ein Thema gefallen hat und dir das Video geholfen hat, vielleicht bei deiner Entscheidungsfindung zum Thema Doktorarbeit, lass gerne Daumen nach oben da, abonniere auch unseren Kanal, so unterstützt du mich persönlich und auch eben Happy Hippocampus und aktiviere auch gerne das Glöckchen, dann verpasst du auf keinen Fall weitere Videos von mir und in dem Sinn wünsche ich dir gutes Gelingen, falls du schon dabei bist mit der Doktorarbeit oder in deiner Entscheidungsfindung und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!